Präsentiert von Photoshop-Podcast.de, Ihr ProfiCast für digitale Bildbearbeitung. Wird die Optionsleiste eingeblendet, so lassen sich Objekte in den Richtungen X, Y und Z skalieren. So kann man beispielsweise aus einem Würfel eine Wand erzeugen, in dem eine der drei Dimensionen verkleinert wird. Wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, kann man über diesen Menüpunkt hier 3D verschiedene Presets aufrufen, also Dinge aufrufen, die bereits in Photoshop angelegt sind. Den Kegel, den Würfel und so weiter. Da hole ich mir jetzt mal den Würfel. Der sieht folgendermaßen aus und ich habe den auf eine Grundebene gelegt. Die Grundebene, die kann ich ein- oder ausblenden, die ist nicht bildwirksam, die wird also nicht mitgerendert. Die ist einfach nur dazu da, um dem Auge ein bisschen Halt zu geben. Darum lasse ich es hier ruhig mal eingeblendet. Ja, alles Weitere kennen Sie ja eigentlich schon. Sie können das Objekt jetzt bewegen. Wunderbar, so. Aber ich mache das mal wieder rückgängig, denn da gibt es etwas, was Sie vielleicht noch nicht kennen. Ich kann es nämlich auch skalieren. Hier ist die Optionsleiste eingeblendet. Die braucht man hierzu. Die Optionsleiste muss nicht unbedingt dabei sein. Über Fenster, Optionen kann ich die auch ausblenden. Dann sieht das Ganze ein bisschen übersichtlicher aus und nicht ganz so voller Symbole. Aber für das Skalieren muss ich sie wieder einblenden, denn nur hier finde ich die Möglichkeit dazu. Dann muss ich in den Werkzeugen, hier in den 3D-Werkzeugen, auf das Skalieren-Werkzeug gehen. Jetzt achten Sie auf diesen Dialog. Der springt von 0 auf 1 und es wird ein Verhältnis von 1 zu 1 zu 1 angegeben. Das betrifft diese Kantenlängen zueinander. Und dadurch erkennt man auch, dass wir es hier mit einem Würfel zu tun haben. Wenn ich diesen Würfel nun zu einer, sagen wir mal, einer Wand, einer Mauer umbauen möchte, dann muss ich zumindest eine dieser drei Extremitäten etwas verändern, also verkleinern. Und ich entscheide mich jetzt mal für die grüne Achse. Das ist die Y-Achse in G hier von einem Wert von 1 auf den Wert von 0,2. Und sobald ich das bestätige, habe ich bloß noch diese Wand hier stehen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass man aus mehreren Wänden eine ganze Menge Dinge bauen kann. Die kann ich jetzt natürlich auch wieder drehen. Also kann sie jetzt in eine andere Position bringen. Wenn ich das exakt machen möchte, dann auch gerne mit der 3D-Achse. Ich kann sie auch weiter verändern. Dazu muss ich nur wieder zurückgehen. Ganz wichtig, in den Skalieren-Dialog kann sie beispielsweise noch dünner machen. Also um die Hälfte dünner, indem ich von 0,2 auf 0,1 gehe und auch das bestätige. Und so lassen sich sämtliche Gegenstände skalieren. Zugegebenermaßen ist es nicht immer grundsätzlich sinnvoll. Ich nehme jetzt mal eine neue Ebene und wir holen uns hier mal ein neues Objekt. Beispielsweise die Soft-Drink-Dose. Die zu skalieren, ja, das geht natürlich. Das kann man tun. Wir machen es auch mal. Ich gehe hier mal auf einen Wert von 0,3. Dann bekomme ich dieses Teil hier. Das ist so eine Art Flachmann, den wir jetzt da erstellt haben. Wenn ich das mal drehe, dann kommt sowas daraus. Lustig, aber nicht unbedingt brauchbar. Also dieses Skalieren-Werkzeug, das ist vor allem für diese Grundobjekte, also diese Grundformen wie Würfel, vielleicht auch eine Kugel, dafür ganz sinnvoll. Nur nicht unbedingt für ganze Szenen oder bereits ausgeformte Objekte. Dennoch kann man auf diese Art und Weise sozusagen sein eigenes Baumaterial entwerfen.